Willkommen zum Astral Tutorial. Das letzte Mal habe ich euch ja gezeigt, wie wir Dynamic Lighting verwenden und damit den Sichtbereich von Charakteren einschränken können, aber wir hatten ja immer noch das Problem, dass wir trotzdem durch Mauern durchschauen konnten. Hier nochmal als Beispiel mit der Johanna, da ist Dynamic Lighting aktiviert und der Sichtbereich von ihr ist beschränkt, allerdings auch hier können wir weiterhin noch durch die Mauern durchschauen. Und heute zeige ich euch, wie wir das verhindern. So, ich wechsle mal die Map und hier habe ich das schon mal vorbereitet, diese Sichthinternisse, die wir einbauen können, damit wir einfach schon mal sehen, wie das aussieht. Ich nehme jetzt also den Alrik hier und dann sehen wir das schon, der kann nicht mehr durch die Mauern durchschauen. Das heißt, wir können jetzt hier schön unsere Krypta erkunden und das sieht dann auch richtig fein aus und macht richtig Stimmung, wenn ihr mich fragt. So, ein kleiner Nebeneffekt von der ganzen Geschichte ist natürlich, dass diese Sichthinternisse, die wir hier eingebaut haben, nicht nur die Sicht blockieren, sondern auch die Bewegung. Das heißt, ich kann mich mit dem Alrik natürlich auch nicht durch die Mauer durchbewegen, egal wo, denn es wäre ja sehr unsinnig, wenn ich zwar nicht durchschauen könnte, aber wenn ich durchlaufen könnte. So, noch eine kleine Sache, die wir uns gleich mal merken können. Aktuell habe ich den Dynamic Lighting Modus auf Standard stehen und das sehen wir ja auch, da werden die Grenzen, wo wir nicht mehr durchschauen können, sehr klar gezogen. Sehen wir hier sehr schön, da verläuft genau die Grenze, weiter kann ich nicht schauen. Jetzt stelle ich das mal um auf Enhanced, also erweitert und da haben wir ja die Grenze mit so einem kleinen Schatten und jetzt sehen wir tatsächlich, dass der Alrik hier tatsächlich etwas klein, so ein kleines Stückchen weiter gucken kann, als er eigentlich dürfte. Das macht bei den meisten Maps allerdings keine Probleme, insgesamt sieht es halt einfach schöner aus und macht etwas mehr Stimmung. So, ich habe mal meine ganze Vorarbeit noch mal gelöscht, damit wir das jetzt gemeinsam machen können. Und bevor wir anfangen, sollten wir unbedingt Quit Snapping deaktivieren, das finden wir hier unten, da können wir das ausschalten. Warum, das sage ich euch später noch. Bevor wir jetzt unsere Sichthinternisse auf der Karte einbauen können und im Endeffekt sind das nur ein paar Punkte, die wir setzen und die durch Linien verbunden werden, müssen wir erst in den Edit Mode der Karte wechseln, das machen wir hier oben mal. Und jetzt Achtung, wenn ihr euch auf der Karte bewegen möchtet, während ihr im Edit Mode seid, nicht die linke Maustaste verwenden, dann verschiebt ihr nur die Karte, sondern immer die rechte Maustaste verwenden, da kann nichts passieren. Okay, was wir jetzt brauchen ist dieses Tool hier, das Pen Tool. Damit können wir diese Linien bzw. die Punkte setzen. Wir wählen das mal an und wir sehen schon, unser Cursor hier hat sich verändert in so einen kleinen weißen Punkt und hier können wir erst mal den ersten Punkt setzen. Den setzen wir hier unten bei der Mauer, wo die anfängt. Da setze ich den rein und jetzt gehe ich zum nächsten Punkt, der damit verbunden werden soll. Der soll dann hier oben sein und jetzt sehen wir hier schon die Linie sehr schön. Das ist jetzt unser Sichthindernis und da kann unser Charakter nicht mehr durchschauen. So, wir können damit weitermachen. Das ist jetzt quasi eine Kette. Jeder Punkt, den ich setze, der wird mit dem vorherigen Punkt verbunden. Ich will jetzt also hier noch den nächsten haben, dann hier den nächsten, hier unten, hier und hier nochmal einen zweiten direkt drauf, damit das abgeschlossen ist. So, jetzt möchte ich hier eigentlich weitermachen an dieser Stelle hier. Wenn ich jetzt allerdings hier draufklicke, klar wird die Kette weitergeführt und dann erscheint hier eine Linie, wo wir sie gar nicht haben wollen. Hier dann gleich mal ein Tipp, wenn ihr euch irgendwie mal verklickt habt oder sowas, dann könnt ihr hier oben mit den Pfeilen arbeiten. Der linke Pfeil, undo, der macht den letzten Befehl rückgängig. Ich klicke mal drauf. Wir sehen, die letzte Linie geht weg und wenn ich hier auch den rechten Pfeil benutze, redo, da wird der zuletzt rückgängig gemachte Befehl wieder hergestellt. Dann würde der Pfeil, also die Linie hier wieder erscheinen. Das sehen wir. Wir wollen sie nicht deswegen undo. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich die Kette unterbrechen, damit ich eine neue Kette starten kann. Und das mache ich, indem ich auf der Tastatur ein einziges Mal Escape drücke. Ich mache das mal, ich drücke Escape und damit ist die Kette unterbrochen und ich kann eine neue Kette starten. Ich fange hier also wieder an. Klicke hier einmal drauf, dann hier hin, dann hier unten. Jetzt gehe ich mal ein Stückchen runter und jetzt sehen wir schon bei solchen Kurven. Da müssen wir natürlich ein paar mehr Punkte setzen, damit das auch ordentlich aussieht. Ich mache das mal jetzt auf die Schnelle, aber das ist doch nicht weiter schwer. So, da setzen wir einfach ein paar Punkte hin und dann klappt das auch sehr gut. So, jetzt sagen wir mal, ich bin fertig. Ich will die Kette nicht nur unterbrechen, sondern ich will auch keine neue Kette mehr zeichnen. Dann drücke ich einfach zweimal Escape auf der Tastatur. Also einmal um die Kette zu unterbrechen, das mache ich jetzt. Und jetzt noch ein zweites Mal und dann sehen wir auch, der Cursor hier ist kein weißer Punkt mehr und wir sind fertig. Dazu gleich noch ein kleiner Tipp. Wir sollten darauf achten, dass die Linien hier immer in der Mitte der Mauer sind. Wir sehen es hier vielleicht ganz gut. Die Linie sollte immer in der Mitte der Mauer sein. Warum? Das ist ganz einfach, wenn wir uns mit dem Alrik gleich über die Karte bewegen. Da möchten wir die Mauer ja von beiden Seiten noch sehen können. Denn wenn wir nur Schmerze sehen würden, dann würden wir gar nicht wissen, warum geht es denn da nicht weiter. Wenn wir allerdings die Linie genau in der Mitte gezogen haben, können wir von beiden Seiten die Mauer noch sehen und wissen genau, hey, da ist eine Mauer, da geht es eben nicht weiter. Deswegen kann ich da auch nicht weiter gucken. Ich denke, das ist ganz logisch. Wir können uns das nochmal angucken. Wir wählen mal hier den Alrik an. Ich nehme mal den, Moment, ich gehe mal aus dem Edit-Modus raus und wähle mal hier den Standard-Modus von Deinemik-Lighting. Da sehen wir das besser. Hier können wir den Teil der Mauer noch sehen und wenn wir hier rumgehen, dann eben ganz genauso. So, dann machen wir mal weiter. Wir gehen wieder in den Edit-Modus der Karte, gehen wieder auf unser Pen-Tool und jetzt zeige ich euch schnell etwas. Wenn wir eine Kette starten und hier gerade dabei sind und die noch nicht unterbrochen oder abgeschlossen ist und wir dann merken, oh, das wird irgendwie alles nichts, dann können wir auf der Tastatur einmal Entfernen drücken und dann wird die gesamte Kette, an der wir gerade gearbeitet haben, gelöscht. Wie gesagt, sie darf noch nicht unterbrochen oder abgeschlossen sein. So, wir machen mal mit der Mitte hier weiter. Da ein Punkt, da ein Punkt, da einer und da einer. Dann drücken wir Escape, um die Kette zu unterbrechen, machen hier unten weiter. So. Dann drücke ich zweimal Escape. Damit bin ich hier fertig erstmal und jetzt können wir auch einzelne Punkte wieder löschen. Das muss allerdings immer passieren, wenn wir hier gerade nicht im Modus sind, um eine Kette zu zeichnen. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, einfach mal schnell auf der Tastatur zweimal Escape drücken. Schaden kann es ja nicht. So, in dem Fall, man sieht es aber auch am Cursor hier, dass ich da gerade keine Kette starte, kann ich jetzt auf so einen Punkt mal draufklicken, dann wird er auch gelb markiert und wenn ich jetzt auf der Tastatur einfach entfernen drücke, Backspace funktioniert genauso gut, dann wird der Punkt gelöscht. Das ist ja kein Problem, wenn ich hier am Ende der Kette einen Punkt lösche. Ich kann aber auch aus der Mitte der Kette mal einen Punkt löschen und dann sehen wir, dass die Punkte, die eben noch damit verbunden waren, jetzt direkt miteinander verbunden werden, um die Linie nicht zu unterbrechen. Das müssen wir uns einfach nur merken. Gut, dann können wir die Punkte auch noch manipulieren, das zeige ich auch nochmal. Wir können zum Beispiel hingehen, wieder so einen Punkt markieren und dann können wir den noch, ja, da wo wir ihn hin haben möchten, einfach hinziehen. Das funktioniert wunderbar. So können wir zum Beispiel, wenn die Linie hier jetzt einfach zu weit links wäre, nicht in der Mitte der Mauer, das einfach nochmal so ein bisschen korrigieren und dann kriegen wir da auch ein tolles Ergebnis raus. So, wie gesagt, wir können nicht nur Endpunkte natürlich ziehen, sondern eben auch Punkte, die sich mitten in der Kette befinden. So, wir können aber nicht nur einen Punkt ziehen, wir können auch gleich mehrere auf einmal ziehen. Dann gehen wir einfach hin und markieren beide. Das geht, indem ich erst einen auswähle, dann die Steuerungstaste auf der Tastatur gedrückt halte und dann den nächsten auswähle. So, jetzt kann ich die hier über diese Punkte, die dann erscheinen, einfach ziehen. Hier beide nach oben oder eben beide nach unten oder hier nach links, nach rechts natürlich auch oder auch so diagonal. So, und ihr müsst da ein bisschen herumprobieren, weil die sich ein bisschen komisch verhalten. Wenn ich hier nach rechts ziehe, dann wird nur der eine Punkt gezogen. Ich kann ja auch so im Kreis gehen. Also da müsst ihr ein bisschen herumprobieren, dann kommt ihr da ganz schnell auch hinter die Logik der ganzen Geschichte. So, das geht natürlich auch mit mehr als zwei Punkten. Ich markiere mal diesen hier und diesen hier und dann auch noch diesen hier. Dann erscheint ja auch gleich so ein gelbes Quadrat und dann kann ich hier auch gleich mit allen vier quasi arbeiten, wie ich das denn möchte. Dann zeige ich euch jetzt noch, warum wir Grid Snapping deaktivieren sollten. Also, wir gehen mal hier aus dem Edit Modus raus und machen Grid Snapping mal an und auch die die Grids selber, also das Karten Raster, das zeigen wir auch mal an. Und jetzt sehen wir hier das Raster natürlich, diese Punkte hier, diese quadratischen Felder. So, Grid Snapping bedeutet jetzt, dass Dinge am Raster ausgerichtet werden. Und wenn ich jetzt mal in den Edit Modus gehe und hier mal unser Pen Tool benutze, dann merke ich plötzlich, dass ich hier gar nicht mehr in der Mitte irgendwie oder allgemein dort, wo ich möchte, diese Linie ziehen kann, die Punkte setzen kann. Die Punkte kann ich dann nur noch auf die Kreuzungspunkte des Rasters setzen. Und das ist in den meisten Fällen ja ziemlich ungünstig und deswegen solltet ihr Grid Snapping eben immer deaktiviert haben, wenn ihr hier Sichthindernisse einbaut. Ich habe mal die Punkte in der Mitte wieder gelöscht und zwei Türen eingefügt, zu denen kommen wir noch. Zuerst möchte ich euch aber zeigen, wie wir eine bereits abgeschlossene Kette auch später noch fortführen können. Wir haben hier unsere Kette, hier ist der Anfang und hier unten da ist das Ende. Und da müssen wir uns gleich merken, wir können eine Kette immer nur am Ende fortführen. Hier am Anfang zum Beispiel nach rechts weiter, das würde nicht gehen. So, wir wählen dann mal den Endpunkt aus und dann gehen wir auf unser Pen Tool und jetzt können wir hier, weil wir den ja vorher ausgewählt haben, unsere Kette beliebig fortführen. Das ist kein Problem. Ich mache es mal wieder rückgängig. Wir wollen die Punkte jetzt hier nicht. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Ich habe ja gesagt, wenn wir das Pen Tool deaktivieren möchten, müssen wir zweimal Escape drücken. Alternativ können wir natürlich auch einfach hier oben auf den Button klicken, dann ist das Pen Tool auch deaktiviert, wie wir hier am Cursor sehen. So, wir können aber nicht nur eine Kette fortführen. Wir können auch neue Punkte innerhalb der Kette einfügen. Das Pen Tool ist deaktiviert und jetzt möchten wir mal, sagen wir, zwischen dem zweiten Punkt und dem dritten Punkt hier einen oder mehrere neue Punkte einfügen. Dann wählen wir hier den zweiten Punkt an, aktivieren wieder das Pen Tool und jetzt können wir hier einen neuen Punkt einfügen und wir sehen, die werden hier automatisch verbunden. Natürlich könnte ich auch noch weitere Punkte einfügen, wie ich das möchte. Kommen wir jetzt zu den Türen und das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir möchten jetzt erreichen, dass die Spieler zwar nicht durch die Tür durchschauen können, aber selbstständig die Tür öffnen können. Wir gehen wieder in den Edit Modus der Karte und dann wähle ich mal wieder mein Pen Tool aus. Jetzt fange ich einfach mal hier oben an mit der Kette und jetzt ist es wichtig, dass ich hier an diesen Angelpunkten der Tür einen weiteren Punkt setze. Ich unterbreche die Kette aber nicht, mache hier einen weiteren Punkt und hier noch einen hin und jetzt unterbreche ich mal die Kette und jetzt kann ich meine Tür einfügen. Türen können wir überall zwischen zwei Punkten einfügen, also zwischen diesen zwei Punkten hier zum Beispiel, genauso gut dabei zum Beispiel hier oben auch zwischen diesen zwei Punkten oder zwischen diesen zwei Punkten. Dafür wählen wir jetzt unser Door Tool an, das finden wir hier oben. Da ändert sich auch der Cursor hier zu einer kleinen Tür und wir sehen schon, überall wo wir Türen einfügen können, das sind auch schon entsprechende Symbole und wenn ich jetzt hier zwischen diesen zwei Punkten eine Tür einfügen möchte, dann klicke ich hier einfach mal drauf und dann sehen wir, da ist eine Tür, das sehen wir daran, dass die jetzt rot ist. So, wir machen mal noch eine zweite Tür. Ich gehe mal wieder auf mein Pen Tool und dann mache ich hier mal eine Kette, aber nur bis hier hin, dann unterbreche ich die und hier mache ich eine neue Kette, unterbreche die dann auch wieder und jetzt kann ich das natürlich auch nachträglich machen, also ich setze hier einfach einen neuen Punkt drauf mit einer neuen Kette und beende die Kette hier auf diesem Punkt erneut. So, jetzt möchte ich da noch eine Tür einfügen, wie gesagt, da klicke ich dann wieder einfach da drauf mit dem Door Tool, fertig. So, wir gehen mal aus dem Edit Modus raus und jetzt haben wir hier unseren Spieler, unseren Alrik, den klicken wir an, der hat Dynamic Lighting aktiviert und jetzt sehen wir schon, der Spieler kann natürlich auch sehen, dass hier eine Tür ist, sonst wäre es sehr unsinnig und da kann er jetzt einfach draufklicken, auch da ändert sich der Cursor wieder und dann ist die Tür offen, er kann durchschauen und kann natürlich auch durchgehen und wenn er ein braver Spieler ist, dann macht er die Tür selbstverständlich auch wieder hinter sich zu. So, wir gehen weiter, gehen auf der anderen Seite wieder raus und auch hier schließen wir die Tür hinter uns wieder. Wenn wir jetzt eine Tür wieder löschen möchten, ist das auch kein Problem, wir gehen wieder in den Edit Modus der Karte und dann wählen wir wieder unser Door Tool aus und klicken einfach auf die entsprechende Tür, dann wird die einfach wieder gelöscht, wir gehen wieder raus und dann sehen wir das auch, wenn wir den Alrik anwählen, da ist keine Tür mehr, nur noch das Sichthindernis selbst. Ich habe mal die Karte gewechselt, damit wir nochmal sehen, wie wir auch ein bisschen improvisieren können. Wir gehen wieder in den Edit Modus hier oben und wählen wieder das Pen Tool aus und jetzt ziehen wir mal hier eine Linie bis dahin und hier runter und jetzt schließen wir das Ganze ab, die Kette und jetzt sehen wir ja schon, hier fehlen ja auch noch Stücke, die wir noch einzeichnen müssen. Es ist also auch kein Problem, wenn wir mitten auf einer Linie beginnen mit einem Punkt und den hier runter setzen. Dadurch wird dieser Punkt hier oben nicht Teil der oberen Kette von diesen zwei Punkten hier, das ist also eine eigenständige Kette, ich will nur zeigen, man kann Punkte auch auf bestehende Linien setzen. Genauso gut können wir auch Linien überkreuzen, das geht auch, ich zeige sie oben mal schnell, da ein Punkt und da ein Punkt, das funktioniert ganz genauso gut. Schlussendlich können wir auch zwei Punkte übereinander setzen, ich mache zum Beispiel mal hier was hin und hier was hin und hier was hin, ich unterbreche die Kette, mache eine neue und zwar von hier und setze hier einen zweiten Punkt einfach oben drauf, das geht ganz genauso gut. So, ich unterbreche wieder die Kette und jetzt haben wir hier noch einen Baum und eine Säule, die habe ich mal hier reingezogen, die passen zwar nicht zur Karte, wir wollen einfach mal schauen, wie wir da vielleicht auch noch Sichthindernisse verwenden können. Zum Beispiel hier für die Säule, wir möchten die ja noch sehen können, deswegen können wir keinen kompletten Kreis drumrum machen. Da können wir ein bisschen improvisieren und machen hier mal so ein Kreuz einfach rein vielleicht. Da und da, dann unterbreche ich die Kette und dann, nochmal hier bis hier, ich unterbreche wieder die Kette und beim Baum machen wir es mal ganz genauso, wir machen es nun mal vielleicht etwas größer, der ist ja, der hat ja ziemlich viele Blätter, da hängen bestimmt auch die Äste runter. So, und dann machen wir hier und hier noch einen hin. So, und jetzt schauen wir uns das einfach mal an mit der Johanna hier. Ja, bei der Säule ist das schon mal ganz gut, das funktioniert ganz gut. Wir können die Säule noch sehen, können auch dran vorbeigucken, aber was auf der anderen Seite ist, das sehen wir nicht. Da ist die Säule im Weg. Bei dem Baum, da hätten wir vielleicht ja das Kreuz noch ein bisschen größer machen können oder vielleicht hätten wir auch einen Kreis in die Mitte machen können. Wir sehen also, da müssen wir einfach ein bisschen rumprobieren, ein bisschen improvisieren, dann lassen sich da aber auch schöne Sachen machen und eben auch Objekte als Sichthindernisse quasi nutzen. Soweit, so gut. Wir sind mal wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.